Es war einmal ein junges Paar, das sich sehr liebte. Sie verbrachten jeden Tag zusammen und teilten ihre Träume und Hoffnungen. Eines Tages hatten sie jedoch einen kleinen Streit. Es war nichts Ernstes, nur ein kleines Missverständnis, aber beide waren stur und keiner wollte nachgeben. Sie drehten sich voneinander weg und gingen getrennte Wege. Sie dachten, dass die Distanz ihnen helfen würde, sich zu beruhigen und die Dinge klarer zu sehen. Aber mit jedem Schritt, den sie voneinander entfernt machten, fühlten sie sich nur noch weiter voneinander entfernt. Schließlich erkannten sie, dass die größte Entfernung nicht die physische Distanz zwischen ihnen war, sondern die Tatsache, dass sie sich voneinander abgewandt hatten. Sie hatten sich von den Menschen entfernt, die sie am meisten liebten, und das war die größte Entfernung von allen. Sie erkannten, dass es wichtig ist, niemals den Rücken zu denen zu kehren, die wir lieben, sei es Familie, Freunde oder Partner. Denn wenn wir uns abwenden, schaffen wir eine Distanz, die schwer zu überbrücken ist. Am Ende versöhnten sie sich und versprachen, niemals wieder den Rücken zueinander zu kehren. Sie erkannten, dass die wahre Liebe darin besteht, zusammenzuhalten, auch wenn die Zeiten schwierig sind.